Renault hat eine neue Ankündigung vor ein paar Tagen rausgehauen, die mich ein bisschen traurig gemacht hat. Und zwar hat der aktuelle Konzernchef Luca De Mio, ich hoffe ich spreche ihn übrigens richtig aus, hat leider mitgeteilt, dass der Renault Twingo keinen Nachfolger bekommen wird. Der Renault Twingo wird also nicht in die vierte Generation einsteigen, sondern wird mit der dritten Generation aussteigen und nie mehr gebaut. Ein sehr schwerer Zug in meiner Sicht, denn der Tingo war schon immer ein Kultauto. Schon damals als die erste Generation rausgekommen ist, war das Auto einfach Kult mit seinem Look. Er war süß, knuffig und hat sich seinen wunderschönen, coolen Augenlook, wo man auch sehr gerne seine Augenbrauen dran geklebt hat. Und ja, das alles ist jetzt Geschichte. Denn das hat laut dem Chef einen versiblen Grund. Er sagt nämlich in einem Interview, ich finde es sehr schade, diese Fahrzeugtypen aufzugeben, aber kleine Autos mit Verbrennermotor werden aufgrund der europäischen Norm verschwinden. Was meint er genau damit? Naja, er meinte er genau damit, dass durch die Abgas- oder CO2-Nomen sich einfach das nicht mehr in einem kleinen Wagen sich orientiert. Da wahrscheinlich, ich bin kein Experte, zu wenig Platz drin ist. Was ein bisschen schade ist. Aber, ich finde auch, warum baut man den Renault Twingo nicht als reines E-Auto? Frag ich mich, gibt es viele andere Fragen, ist eigentlich ganz leicht beantwortet, die Kilometer-Reichweite. Der Twingo war einfach dafür bekannt, ein kleiner Stadtpfitzer zu sein, aber auch für große Touren oder Reisen da zu sein. Er hatte eigentlich immer genug Platz da, und man hatte genügend Reichweite, immer ans Ziel anzukommen, wo man möchte. Ja, und das geht natürlich mit einem E-Twingo eher schwieriger, mit nur gerade mal 240 Kilometer-Reichweite, wenn man keine Klima und Co. nutzt. Naja, sehr schade auf jeden Fall. Ich möchte euch das gerne nur mitteilen, aber es hat auch einen zweiten Grund, warum der Renault Twingo keine oder keinen Nachfolge bekommt. Und zwar hat man dort gesagt, dass man die Partnerschaft mit Daimler beendet hat. Und Daimler und Renault haben ja zusammenarbeitet, um zum Beispiel einmal den Renault Twingo und eben auch den Smart rauszuräumen, der aktuell in der neuesten Generation zu sehen ist. Und wenn man die beide so ein bisschen miteinander vergleicht, fallen dann doch hin und wieder ein paar Ähnlichkeiten auf. Dazu möchte ich das nochmal gerne gesagt haben. Aber nun gut, was ist deren Idee? Was ist deren Plan? Was ist der Ersatz für den Twingo? Naja, offenbar gibt es jetzt Gerüchte und Spekulationen. Angeblich, dass ihre neue angekündigte Renault 4, glaube ich heißt das so, oder Renault 5, Entschuldigung, zukünftige Renault 5, den Twingo ersetzen wird. Das sehe ich tatsächlich in dem Punkt nicht so, denn ich finde ganz klar, dass, also Renault hat ja eine Tochterfirma, wenn man es so nennen kann, und zwar Dacia. Und sie haben letztes Jahr im Winter, kann man so sagen, ihren neuen Dacia Sandero und Dacia Sandero Spring vorgestellt und Dacia Sandero Stepway. Und, ähm, ja, der Dacia Sandero ist ja quasi ein Kleinwagen und ich denke, dass der den kleinen Renault 5 ersetzen wird. Ich denke auch einfach, dass der Dacia Sandero mehr jugendliche Leute ansprechen wird, aber dennoch finde ich das ein bisschen schade, dass man das nicht ein bisschen eine Zwischenlosung findet. Klar, der neue Dacia sieht richtig geil aus. Bin ich ehrlich, also ich als BMW-Fan finde, der sieht wirklich toll aus, gerade für den Preis und Co. wow, also top, ne, kannst du von den deutschen Herstellern, von den Aussehen her, also verlangen die viel, viel mehr Geld. Klar, dafür hast du auch eine Ausstattung, Haarplastik und so weiter und so fort. Ich weiß, alles, ne, wollen wir gar nicht diskutieren. Aber, ähm, da war zum Beispiel der Tingu schön, er hatte zwar auch Haarplastik, aber er hatte einfach, ähm, also in meinen Augen ein bisschen mehr, was sich System und so anging, mehr zu bieten, gerade mal das Navi finde ich jetzt deutlich besser. Aber das ist ja auch jetzt keine Rolle. Ich denke einfach, dass der neue Dacia einfach, äh, den Tingu ersetzen wird. Das würde auch rein technisch Sinn ergeben. Ähm, aber, ich bin auch der Meinung, dass vielleicht in 5-6 Jahren es doch noch ein Tingu-Nahfolger geben wird. Einfach rein elektrisch. Denn es wurde ja auch jetzt den Renault Electric rausgebracht. Und, ähm, wir werden ja sehen, wie gut der ankommen wird. Die Testergebnisse waren eigentlich ganz gut bis jetzt, also sehr positiv und zufriedenstellend. Ich bin mal gespannt, ähm, ob das jetzt so bleibt, oder ob da was anderes passiert, und so weiter und so fort. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung hin, ob ihr sagt, okay, du lauvers Bullshit? Keine soin, weiß ja nicht. Oder sagt ihr, ja, okay, ihr findet das schade. Oder seid ihr gleich in Meinung, dass vielleicht auch der, äh, Sandero hier das Ersatzauto sein wird für den Twingo. Wie gesagt, schreibt mir das gerne alle in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder sonstiges. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.